Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu irgendwie einer Folge World of Warships, zu einem neuen Container Opening. Und diesmal sind auch ein gewisse, ein paar gewisse Leute bei mir, nämlich wie immer der TH. Moin. Und der DAXer. Moin. Und mal wieder dabei seit langem der Steffen. Hi. Ja, ich hab wieder hier eine anonyme Spende gekriegt, ne? Schon geil. Ein vorgezogenes Weihnachten und die werden heute alle zusammen ein Container Opening veranstalten. Schon wieder. Schon wieder. Lief gut, weißt du, wir müssen ja bitte hier klick sammeln. So, erste Container, ne? Spannung steigt. Was werde ich wohl drin haben? Eure Prognose? Drei faule Eier. Und mal sehen, es dampft und stinkt schon. Und? Okay, wir haben zehnmal die Neujahrsluftschlange. Tarnung, gut. Tarnung, genau. Tarnung kannst du immer gebrauchen. Die sieht aber gut aus. EP 150, äh 100%, Captain's EP 150, freie EP 100. Das klingt schon mal gut. Gut für meinen Weg zur Muschi. Ich denke, dazu brauchst du dir das Wörter vorschubst, ich. So, nächste Container. Spannung steigt. Was machst du, Tische? Mit die Glatze. Oh, 15 Flaggen von Hydra. Freie EP 250, Captain's EP 150 und EP Gefecht 50. Ja, kann man immer gebrauchen. 50 Stück, sehr gut. Sehr gut, der nächste Container. 15 Signal. Freie EP 707, ja, für die Muschi, sehr gut. Flagg an der Muschi. So, nächste Container. 17 Container sind noch. Euer Tipp jetzt, Steffen, dein Tipp. Komm. Fünf verfallte Eier. Fünf verfallte Eier. Okay, ne? Tausend freie, äh, tausend freie, sag ich schon. Tausend, äh, Duplon. Ah. Ja, fast. Also wie diese, ich denke mal, diese goldenen, vergorenenen China-Eier kosten gleich hoch. Tausend Duplon. Man weiß es nicht. Also ist fast hingekommen. So, Max, jetzt deine Prognose? Premium. Premium. Also, okay. Da kommen schon weiße Flocken raus und es ist? Signal. Und zwar ein, oh, Ballistik erhöht durch die verdiente Anzahl der EP und Kredit-Ponto. Kredit-Gefecht 30 und 75 EP. Okay, ja, ist in Ordnung, ist jetzt nicht. Ja, entschuldige Wille, wenn ich nicht verbessere, aber auch, das Ding hieß Basilisk, nicht Ballistik. Na, ne, Basilisk. So, wieder Signal. Leviathan, oh, das ist gut. Freie P200, ach du Scheiße, geil. Wenn die zusammen drauf tust, dann kann sie bis Freie Pima. Gut, jo, jetzt, äh, TH, dein Tipp. Ein Container. Ein Container, wird es ein Container oder wird es kein Container? Wir werden es sehen. Und? Es ist ein Container, TH! Wie hast du das gemacht? Das ist, ja. Oh, 7500 Kohle. Kohle, 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 Kohle. Ordentlich. Kohle, 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 ist ordentlich, ist ordentlich, ist ordentlich. So, bis jetzt noch kein Schiff, bis jetzt noch kein Schiff. Aber 7500 Kohle ist ganz gut, weil das hilft mir zur Oktoberrevolutia, ne? Die soll ich auch nochmal da reden. Oh, jetzt habe ich meine Kopfhörer gar nicht auf. Hoffentlich klingt das gut, scheiße. Ich setze mal kurz auf. Bäh. Nicht, dass man euch doppelt hört. Verzögerungstaktik. Verzögerungstaktik, ja, das Video muss bis 10 Minuten gehen, ne? Kann ich nämlich Werbung dazwischen schalten, so. Damit meine 56.000 Abonnenten auch Werbung sehen. So, und nächster Container, und der Steffen ist wieder dran, mit einem Tipp. Ich würde mal sagen, Flaggen. Okay, Flaggen. Ah, mmh, 1000 Dublonen, okay, Dublonen, Dublonen, wie lange schon da jetzt? Dublonen, 1000. Tausend Dublonen, mmh, Schiffchen kaufen, Schiffchen kaufen. Schiffchen kaufen. So, Daxer. Der Tier ist schon mal ganz richtig mit Container. Ich bleib mal bei Flaggen. Okay. Stimmungssteigen, Stimmungssteigen. Elf Container sind noch da, elf Container sind noch da, und... Ah, ja, sehr gut. Keine Flaggen, Signal. Käpt'n CP, die Art Drache. Naja, Signal. Na ja, klar. So, Tietch. Super Container. Was ist bei den Super Containern? Nee, ist ein Weihnachtskontainer. Nur in den Super Containern sind Schiffe drin, ne? Achso. Wenn sich dein Weihnachtsgeschenk in Super Container verwandelt, dann kriegst du einen Schiff. Ah, okay. Nee, leider nicht. Diesmal ist es wieder die Neujahrstarnung. Ja. Achso. Na, diesmal... Nee, sieht nicht aus. Er ist in den Super Containern verwandelt. Wie sieht man das? Schon wieder tausende Blöden. Alter. Kann ich mir ein Schiff kaufen? Das ist ja... So. Nächste, 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 nächste. Signal und wieder die Leviathan. Das ist nicht so gut. Freie IP, da kann ich mir die Muschi leisten. Das sind so Bundeskarten für den Puff. So, wir haben wieder die Neujahrsdingens. Ja, die ist ja in Ordnung. Zehn Stück, ja, das ist gut. Das ist gut. Das kann man immer gebrauchen. Wieder, lass mich raten, nee, diesmal Signal. Und zwar was? Skylar, 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 Elah. Ja, du, ohne schlecht. Captain Zipi. Sehr gut. Skylar war aus der griechischen Mythologie irgendwie so in den Mund. Ja, ja, ich sehe das schon irgendwie so was. Nee, sechs Container sind übrig. Wird noch ein Super Container oder nicht dabei sein? Das sehen Sie nach der Werbung. Nein, Quatsch. Signal. Der Freie IP, 777, das ist geil. Das ist natürlich Bombe. Also, das ist, dieses Endlasern. Und wir haben wieder eine, wieder die Tarnung, äh, Neujahrstarnung. Die erhitzt auf. Die erhitzt auf. So, vier Container bleiben nur übrig. Wir sind gespannt. Die Schmitzkatze. Ich nö. Und es ist, ey, Kohle, 7500, ey. Geil. Nett. Das ist geil. Das ist natürlich, wer quietscht denn hier wieder rum? Das ist, äh, ja. Dein Gemächt. Nein. Das ist ja wie das Quietschen. Äh, 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 äh. Ist egal. Wir machen lieber weiter. So, zwei Container sind übrig. Und, äh, was wird es? Es wird... Uuuuh, Gold. Äh, du Blut meinest. Wieder tausende. Geil. Ja, wenn ich kein Schiff im Container abkann ich mir ins Kufen. Das ist Rille. So, letzte Container. Leider kein Supercontainer. Oder? Ist er noch eine übrig? Wir haben die, äh, Signal. Roter Drache. EP, äh, äh, 100 und Captain TP. Doch, einer ist nur übrig. Na. Jetzt müssen wir daumen drücken. Daumen drücken für Michael. Daumen drücken vor den Cooper. So. Und wie sehe ich das, wenn das ein Supercontainer ist? Sagt er das? Supercontainer. Dacht er was? So, nee, das ist so ein großer Rotor. Was, ein Kommunist? Hm. Ja, okay. Nee, ist nicht. Ah, naja. Aber komm, lass mich noch... Ah, okay, wir haben wieder diese... Äh, 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 freie Pim. Das ist schon mal geil für den Muschi. Also, wir haben jetzt viel eingesammelt. Wir können mal gucken. Es war leider kein Schiffchen, aber viel, äh, Duplonen. 6.000 Duplonen habe ich jetzt. Also, das Wort, glaube ich, 3.000, die ich eingesammelt habe. Ja, 3.000 Duplonen. Geil, du magst. Das ist doch nicht schlecht. Das ist natürlich schon Bombe. Da werde ich mal gucken, was man sich natürlich dafür kaufen kann, ne? Wir wollen ja auch ein bisschen ein paar Schiffchen holen. Und wie viel Kohle habe ich überhaupt? Wir können jetzt gleich mal reingucken. Das war eben Arsenal, ne? Ja. Ja. Das lädt, meine Damen und Herren. Und wir sind bei 37.000. 37.000 Schiffe. Und wir gucken auf die gute, auf die gute... Oktoberreversion 53. Mit wie viel Prozent war? Warte mal, ich tue es da mal rein. 25 Prozent müsste das sein. Oh, scheiße. 40.000 Ener, 25. Da bist du doch knapp dran. Oh, 3.000 Ener, 25. Dann wird es Zeit, dass wir ein bisschen Kohle machen. Jo, und damit würde ich sagen, sage ich mal Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Da fehlt noch einer, oder? Tschüss. Bis zur nächsten Folge von World of Warships und natürlich vom Let's Play. Und da könnt ihr sehen, ob ich nur ein neues Schiff schmiergekauft habe oder nicht. Also nächste Folge angucken. Und am besten ein Like oder ein Abo dalassen. Und am Glöckchen spielen, wie immer. Und wenn es nicht gefallen hat, was sollen sie da machen? Na, so wird ein Eierschackel. Das geht natürlich auch, oder? Keine Dauer.